Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Together Minecraft mit dem Studi, der Ablador ist im Moment nicht hier vorhanden, äh, wir werden jetzt zu, ähm, du, wir haben Besuch, Studi, wir haben Besuch, die haben den Inten, sie haben den Hintereingang benutzt, hallo, hallo, ich glaube, ich glaube, wir sollten hier auch mal eine Tür hinmachen, nein, ja, die kommen alle vom Spanen, echt, die latschen da alles, durch, das sind ja alles Zombies, nein, aber wir haben den Spanner eigentlich ausgeleuchtet, ja, aber es sind trotzdem nur Zombies, und es sind Zombies, ja, das stimmt, dann spawnen wir die vielleicht daneben oder so, naja, ich mach jetzt einfach meine Trippe weiter, ja, ich geh jetzt mal hoch, denn es ist ja Tag geworden, also es sollte Tag geworden sein, oh, ja, fast, Ja, ist schon noch ein bisschen dunkel, ich warte noch ein Minimum, und dann müssen wir ja noch ein bisschen Essen haben eigentlich, ja, wäre schon nicht schlecht Ja, ne Höhle haben wir, ich weiss nicht, wie gross das die noch ist Äh, die ist fertig Wie, alles ausgeräuscht? Ja Gut, dann müssen wir bald noch eine neue Höhle suchen, denn Eisen haben wir jetzt, glaube ich, auch schon alles verbraten, oder? Stimmt's Was? Ah ja, ja Da sind noch drei Eisen Sind es die einzigen drei Eisen, die wir haben? Aber 21 Ah eben Ähm Ist es hell? Ja Ich lasse die Tür mal offen, ne? Mach dir das Oh, ich dachte schon, da war etwas Ah, seht mal, wie schön der Sonnenaufgang hier über der Wüste Und wie schön die Nachbarn brennen Äh Spinni Da bin ich Ah, jetzt kam sie gerade noch auf mich zu Und jetzt plötzlich ist sie natürlich zahm geworden Und das Skelett brennt wieder da hinten Und ich hab da hinten Pferde gesichtet Da am Horizont Und die wäre natürlich toll, wenn wir die irgendwie dann holen könnten Aber um die Pferde zu zähmen brauchen wir, glaube ich, Weizen Ist einfach zu holen Weizen ist sehr einfach zu holen, ja Nur fürs Wachsen braucht man ein bisschen Geduld Nein Was, nein Mach mal nicht So, denkst du, sag mir Knochenmehl Nicht, wenn man das Zaubergewirz hat Knochenmehl Vielleicht Ja, was, und? Oh, jetzt noch Knochen Hallo, ich, 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 ich mähe hier gerade den ganzen Rasen ab Aber es kommen einfach keine Samen Was soll der Scheiss? Sechs Samen Kannst du deinen Samen irgendwo anders tun? Meinen Samen, der bleibt bei mir Aber da vorne ist eine Pyramide Ja Wollen wir die mal holen? Wart auf mich Ich bin schon drin Wart auf mich! Du bist noch nicht drin Seh dich doch Mach einfach Ja, mach einfach nicht den dummen Fehler, den alle machen Nein, so dumm bin ich Spring nicht schön in der Mitte runter Aber außen What the fuck? Ich bin tot Scheiße Ich habe die am Mont Horse Armor Ah, das ist eine Rüstung Von mir aus kannst du die behalten, weil du hast sie gefunden Also Ich hätte sie auch nicht gehabt gegeben Hä? Das ist meine Rüstung Ja, ja, ist schon deine Von mir aus Eben, die hätte ich nicht abgegeben Ja, aber ich gönn dir jetzt die sogar Und sammle mein Zeugs nicht auf Das ist eh nicht da unten Das ist noch da oben Ja, aber falls du irgendwie nach oben kommst Äh, das TNT vielleicht TNT Abbauen damit niemand das in die Luft Ja, genau Ich habe die Schalte Die was? Die Schallplatte Du meinst die Druckplatte Die Druckplatte Wo ist mein Schwert? Mein Schwert muss da unten irgendwo liegen, nicht? Was hast du denn du für eins? Äh, es war noch ein Steinschwert Du kannst eins von mir ab Ein ganz micro Steinschwert Ich mach mir sonst ein Eisenschwert Äh, bist du gerade noch da unten, weil die Wohle können wir auch mitnehmen, oder? Ja Dann baue ich die Wohle ab und die fliegt dann zu dir runter Ja, aber es ist gerade hell Ja, wenn ich hier alles aufmache Gut, den Rest, der bleibt hier oben, den kann ich noch einsammeln Und ich bin jetzt in der Hut Wieso? Dann kann man wieder runterspringen Äh, ich hab kein Essen für dich, tut mir leid Aber ich hab Essen Okay Gut, bist du nicht so blöd und baust dich mit der Wolle hoch? Ähm Ausgang Was erwartest du von mir? Ja, Entschuldigung Hab ich denn noch? Ne, hab ich nicht Was machst du? Ah, in die Türme gehen Yeah, ausgang Was haben wir noch Wolle? Ja, ich weiß Wolle, 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 Wolle Äh, ich wollte ja eigentlich, äh Hm Ja, was wollte ich denn? Ein Weizenfeld wollte ich eigentlich machen Ja, wir brauchen aber noch Wasser Ach ja, stimmt Oder können wir es? Wir haben ja hier unten einen See Dann mach ich es gleich da am See unten, oder? Aber ich brauche noch so eine blöde Hoh Ne, wie heisst die im Deutschen? Ne Ne, Hacke Oder so Äh Ich mach schnell eine Aus Kobbel versteht sich Was ich gerade nicht im Inventar habe Da ist noch ein Steinschwert Ich nehme jetzt mal das Da, Kobbel, 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 Kobbel Ja, ich hab genug, hab genug, danke So Und dann geh ich mal hoch Time to farm Nicht viel, wir haben, wir haben Eisen, ne? Genug Gut, dann kannst du eine Schere machen und von mir aus auch ein Schwert Habe jetzt ein und reiss Ich hab jetzt eine, ich hab schon ein Schwert Also was, machst du mir da auch schnell eins? Ei Hast du jetzt nein gesagt? Hab gesagt, vielleicht Aber eine bessere Schaufel als eine Holzschaufel könnte ich auch gebrauchen Wieso blubberst du so? Was hast du wieder gesagt? Ach Ach, vergiftet Mit was? Warte Warte, warte Was muss ich machen? Schere Ja Oh, danke Wieso denn? Wir haben ja Wolle Eigentlich hatte ich ein Eisenschwert gemeint und nicht eine Rüstung, aber okay Äh, aber wir haben Wolle Ja, stimmt Ja, wollen wir wirklich die pinke Wolle verbrauchen, nur zum Better machen? Wieso nicht? Weil die orange Wolle schön ist? Ja, man kann sie verärben mit Rosen Ja, okay, das ist Blumen Da hast du auch wieder recht Und für was brauchst du, orange Wolle? Na, vielleicht einen Teppich in unserem schönen Häuschen da Ja, man kann ja Teppich machen Ja Ich mach mal Teppich Okay Das ist ja ganz leicht, ne? Ja Äh, das Wasser reicht fünf oder vier Felder nach hinten Acht Nee Ah, du meinst so Äh, vier glaube ich Vier, oder? Ah, du meinst die Nö Das, das, klar, ja, das ist acht Das stimmt Äh, und die Monster Können jetzt das Getreide nicht mehr, äh, zermatschen, oder? Ausser sie springen drauf, ja Ja Aber das tun sie ja nicht Nein Nein Das ist alles immer noch zu nahe hier Die können einfach raufspringen Ja, wo bist denn du? Ja, vorm Haus da, beim Wasser Steh vor dem Haus Ah, da Das ist neben dem Haus Jo, was auch immer Eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs, sieben, acht Denn viel mehr Samen hab ich auch nicht Oh, ich hab nur fünf Samen Schön, dass du mir die Arbeit wegnimmst Das ist schön, Hühnchen Sterbzühnchen Hast du noch Samen? Zwei Zwei Gut, dann pflanzt du die noch Und dann kannst du dein Geheimmittel einsetzen Und dann haben wir ja schon ein bisschen mehr heizen Nö, ich denk, guck Hm? Das macht mich nervös, wenn du hinsiehst Das macht mich nervös Witzig So, ich hab keins mehr Hast du jetzt alles mitgenommen Von der Kiste? Was hast du alles mitgenommen? Alles, äh, Knochenmehl Ja Okay So, Mann, geht das schnell bei uns, ne? Seht ihr Wie schnell das gehen kann Gut, dann pflanzen wir auch gleich wieder ein neues Wow, 22 Du hast immer noch Knochenmehl Eieiei Warst du da, Skelette-Killen, mir so'n Blöder Dann habe ich, glaub ich, genug, um noch in dieser Folge die Pferde zu holen Würde ich meinen Ja, das war alles Okay Gut, dann machen wir gleich noch alles voll hier Oh Äh, wenn wir hier noch weitermachen Das Feld noch vergrössen, müssen wir schauen, dass dir der Rand nicht zu nahe ist, ne? Weil sonst kann man hier rauf springen Verstehst du, was ich meine? Kannst du eigentlich zählen Wieso? Ja, du fragst mich, wie weit das Wasser geht Das habe ich hier und mach's fünf Warte mal Ja, ich glaub, es geht nicht nur vier, ne? Ja, es geht nicht vier Okay Was schaust du denn so blöd? Oh Hallo Wieso bringst du das Huhn einfach um, ey? Bist so böse Du, die Sonne geht und da haben wir schon zwei Betten Nein, aber wir haben die Wolle dazu Die farbige, schöne Wolle Gut, komm, wir gehen rasch ins Haus Schlaf eine Runde und dann holen wir uns die Pferde Und dann mal sehen wir, ob das jetzt schon funktioniert Ob wir wirklich schon alles haben, um diese Pferde zu zähmen Für mich ging das jetzt gerade ein bisschen gar schnell, nicht? Nein Okay Welche, die Hot, hat zwei Kisten aufeinander gestellt? Ich Du solltest wissen, dass das nicht geht Doch, geht's Bist du jetzt auch rausgeflogen? Ja Okay Bin aber wieder drin Ja, ich auch Sicher geht das Kisten kann man über Kisten legen Aha, dann war es jetzt wegen dem Server, dass ich die nicht aufgekommen habe Gut, seit wann? Schon immer, man kann sie aber nicht über den Boden Also unter dem Boden Okay, machst du rasch zwei Betten Hä? Studi Hast du Betten Wolle Ja, du hast die Wolle Weiss ich doch Nein Ich habe auch zehn Wolle Wieso weisst du das? Na, weil ich nur zehn habe und dann musst du den Rest haben, den ich runtergeworden habe Wie viel hast du genau? Das heißt nur zehn Hast du sechs? Ah gut, dann reicht es ja genau Na los, ich will die Pferde holen Einfach irgendwo, wir können ja später noch Räume machen Ein Doppelbett Äh, ein Dingsbett Okay Nach hin oben Ja Äh Ich schlag mir den Kopf an, sobald ich aufstehe Gute Nacht Au Nein Achat, wer schlägt jetzt hier den Kopf an? Selber schuld Ich geh jetzt die Pferde holen, ich weiss, was sie sind und du nicht Ha ha Hab sie schon Hä? Was, du hast sie schon Hab sie schon Erzähl doch keinen Scheiss Wo bist du denn hin? Ja, da drüben Ja, da drüben Da, wo wir unser Feld gemacht haben Wo ist denn unser Feld? Na, da unter unserem Haus Also eigentlich fast auf Fast über dem Haus Wo bist denn du? Wo ist denn unser Haus? Hast dich jetzt schon verlaufen Ah, hier bist du ja Zu den Pferden Hoffentlich hat's mir als eines Äh, hast du den Sattel dabei? Hast du den Sattel? Hier live Hast du auch ein bisschen Weizen? Oder hab ich schon was? Du hast alles Na gut, wieso rennst du dann voraus? Ich hab drei Weizen Da vorne ist es Jo Und wie weiss das Pferd, wem es gehört? Oder gehört das Beidem? Oder wie ist denn das? Das gehört dem, der drauf sitzt Ah Und jetzt muss ich das Zuerst ausprobieren Ich hab grad keine Ahnung Wie das funktioniert Ja, weil das hier Das ist meins Das gepunktete Jo Äh, ne, du weißt nicht JÖ, das gepunktete Ist noch junges Dein ist es Nein, ich will das hier Was ist an dem anders? Ah, es hat weisse Weisse Dingens, ne? Ich muss sagen, wenn du noch Weizen brauchst, ne? Ich schau Wieso braucht man Weizen? Braucht man nicht Zum Zähmen Nein, man hockt einfach drauf, bis es Ruhig ist Und dann den Sattel drauf, oder wie? Ja Sieht nicht aus, als ob es noch andere Pferde hat Schade So ein schwarzes Pferd wäre schon nice Hm Und hast du es schon? Jo Hast du es gesattelt? Jo Schön Ja Hehehe 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 Cool Ich schau noch, ob es noch ein spezielles Pferd hat Du kannst ja schon mal nach Hause reiten Reite nach Hause, edle Ritter Hehehe Sieht schon geil aus Und du mit deinem Umhang noch? Na ja, kann ja Hehehe Und der Rüstung Ja, mit dem Umhang sieht es richtig geil aus Ja, und der Rüstung noch Man, ich habe so viele Pferde, aber kein Schu... Ah, ich nehme das da unten Hehehe Da ich ja keine Rüstung habe, sieht man es wenigstens Na warte, ich darf nichts in der Hand haben, ne? Doch Muss ich jetzt warten, bis es ruhig bleibt, ne? Ja Oder muss ich noch EGW Ja, wenn du E drückst und dann sich ein Inventar öffnet Und ein Pferd, dann hast du es gezähmt Was, wenn ich E drücke? Ja Wieso E? Ja, weil es dann das Inventar vom Pferd öffnet Ah, ok Ach, ich will noch so eine Leine Wie kann man denn jetzt den Inventar machen? Ach, braucht dafür einen Amboss Ja, also das musst du irgendwie machen Ne, nicht nur einen Amboss, du musst das auch irgendwie kraften, oder? Nein, Name habe ich schon Aber man muss ja das beim Amboss den Namen ändern Und dann kann man das irgendwie anstecken Und dann Ah, ich habe es ja schon Sattel rauf Juuu Reiten wir der Sonne entgegen Ey Juuu Juuu Ja, genau Schmeiß die Eier Mal dreißen uns zu Hause schon Nein Oh Alles ok Kann man arbeiten, wenn man auf dem Pferd sitzt Geht einfach länger Jetzt brauchen wir noch einen Stall für unsere Pferde Sollen wir draussen einen aus Holz bauen, oder? Oder was denkst du? Sollen wir sie mit reinnehmen? Ne, das geht nicht, wir sind ja drei hoch Oh Ich habe mich gerade auch ein bisschen fest Ja, man könnte es anbinden Aber dafür braucht man diese Diese Leinen, ja Ey, komm nicht drunter, da Bist du sonst gefangen Jetzt Ah, es kann ja zwei hoch springen, ne? Äh, wie macht man denn diese blöden Leinen schon wieder? Keine Ahnung Ja Komm da ein bisschen in die Sonne Ich möchte noch ein schönes Bild haben Zum folgenden Ende Da, die Sonne ist Wo ist die Sonne? Ich sehe die Sonne nicht Wo ist die Sonne? Da oben ist die Sonne Schön Vielleicht weg von dem scheiß Posten Da, wer auch immer den gemacht hat Oh, das ist aber eine schöne Perspektive Sehr, sehr schöne Perspektive Äh Super Ja, das, äh Wer ist mit dieser Folge? Wie machst du das? Ah, okay Vielen Dank fürs Zusehen Wir reiten jetzt hier, äh Weiter Und zwar in der nächsten Folge Wenn es euch gefallen hat Daumen hoch Ich hoffe, es geht weiter so Ja, vielen Dank Studi Fürs Mitspielen Und dann will ich die Folge nicht künstlich In die Länge ziehen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Tschüss Ciao 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 Ciao